Informationsgesellschaft Klar, Informationsgesellschaft. Überall Informationen. In Zeitschriften, in Bibliotheken, im Internet. Aber was sind die wirtschaftswissenschaftlich wirklich relevanten Informationen? Und wo bekomme ich sie her? Für meine Doktorarbeit brauche ich Zugang zu aktuellen Forschungsergebnissen. Aber die Recherche kostet manchmal einfach zu viel Zeit. Zeit, die mir dann für die Auswertung fehlt. Die ZBW hilft mir, die für mich relevanten Informationen herauszufiltern. Die ZBW ist ein Lotse. Schon immer. Sie navigiert Studierende und Forschende durch den umfangreichen Output der Scientific Community. Sie beschafft umfassend Aufsätze und Monografien. Alles für das Ziel, Wirtschaftswissenschaftlern schnell und unkompliziert relevante Fachinformationen zur Verfügung zu stellen. Nirgendwo auf der Welt ist so viel ökonomisches Wissen gesammelt wie hier. In den Magazinen und Rechnern der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel und Hamburg. Die ZBW in Hamburg befindet sich direkt im Herzen der Metropole. Ob mit S- und U-Bahn, Bus oder Zug, die ZBW ist einfach und schnell zu erreichen. Mit Blick auf die Binnenalster und nur wenige Minuten vom Campus der Universität entfernt. Würde man alle Bücherregale nebeneinander stellen, müsste der Bibliotheksnutzer eine Strecke von 75 Kilometern zurücklegen, um sie einmal abzulaufen. Auf 10.000 Quadratmetern lagern in diesen Magazinen über 4 Millionen Bände. Die Anforderungen an eine Bibliothek mögen sich ändern. Doch eines bleibt immer gleich. Die ZBW hat einen klaren Kurs. Sie bietet qualitativ hochwertige Wirtschaftsinformationen, die die Basis schaffen für Exzedenz in der deutschen Wirtschaftsforschung. Neben ihren Printbeständen sammelt die ZBW zahlreiche digitale Wirtschaftsinformationen. Schon heute sind 40 Prozent der Fachzeitschriften online verfügbar. Auf dem zentralen Dokumentenserver EconStore, dem elektronischen Archiv der Bibliothek, sind derzeit mehr als 10.000 wirtschaftswissenschaftliche Arbeitspapiere gespeichert. Daneben hält die ZBW Lizenzen für 8.000 nationale und internationale Fachzeitschriften. Aber das alles ist erst der Anfang. Der Kompass zeigt die Richtung. Zur Bibliothek 2.0 Ich komme aus Korea. Die deutsche Kultur ist ganz anders. Gar nicht so einfach. Bei der ZBW fühle ich mich wohl. Manchmal habe ich das Gefühl, diese Bibliothek ist meine geistige Heimat. Egal wo ich bin, über die online Angebote der ZBW bin ich mit allen Informationen versorgt. Der Online-Katalog mit seinen vielen kostenlosen Links, der hat mir schon oft weitergeholfen. Das Bestreben der ZBW ist es, auch weiterhin auf Augenhöhe von Veränderungen und Bedürfnissen der Wissensgesellschaft zu sein. Griffen Ökonomen vor ein paar Jahren noch zum Zettelkatalog, suchen sie heute im Internet. Sich dort zurechtzufinden und vor allem die richtige Publikation zu entdecken, ist zeitraubend. Nicht immer ist der erste Treffer auch der beste. Für die Online-Recherche ist das Portal EconBiz für mich am besten geeignet, weil ich die Ergebnisse besonders vollständig und übersichtlich bekomme. Also ich finde EconBiz deutlich besser als alle anderen Plattformen, die ich kenne. In der Lehre weise ich meine Studenten für die Literaturrecherche auch auf das Online-Portal EconBiz hin. Außerdem benutze ich sehr gerne die Literaturzusammenstellung zu aktuellen Wirtschaftsthemen, weil da die Studenten auf einen Blick einen sehr guten Überblick über das Thema bekommen. Ich bin kein Technik-Freak, deshalb habe ich immer ein bisschen Respekt vor solchen Datenbanken. Aber es ist alles total verständlich aufgebaut. Ich komme schnell und jederzeit an Packinformationen, auch am Wochenende. Und das ist super! Die wesentliche Aufgabe der ZBW ist die Unterstützung und Entlastung der Wissenschaft im Rahmen des gesamten Forschungsprozesses. Von der Informationsbeschaffung bis hin zur Publikation von Forschungsergebnissen. Deshalb stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ständigem Dialog mit Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um innovative Dienstleistungen bieten zu können. Auch die Vernetzung mit nationalen und internationalen Partnern ist für die ZBW ein wichtiges Instrument, um neue Trends zu erkennen und schnell Lösungen für die Wirtschaftswissenschaft nutzbar zu machen. Vernetzte Serviceeinrichtungen auf dem neuesten Stand der Technik garantieren Wirtschaftswissenschaftlern den nutzerfreundlichen Zugriff auf das weltweite Wirtschaftswissen. Ich bin den Mitarbeitern der ZBW sehr dankbar, dass sie mir Informationen besorgen und mich auf neue Quellen aufmerksam machen. Aber eigentlich kann ich so langsam keine Fachliteratur mehr sehen. Aber dann gibt es hier den Ausblick aufs Meer, der unheimlich entspannt. So kommen neue Ideen und neue Motivation. Und dann geht es wieder weiter. Das heißt, das hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das ist P segment. Das ist τιςz宝